Hey Zaffa, du hast du schon das Laub weggeheckt. Du hast doch gesagt, du hast das nicht. Stimmt, aber dann habe ich es mir anders überlegt. Ha, einfach wundervoll. Zaffa, du hast gesagt, du hast das zum. Äh, ja, aber hatte dann doch keine Lust. Hey Kinder, kennt ihr das auch, dass ihr manchmal sagt, ihr habt keine Lust und ihr macht das dann trotzdem? Ja, Jesus hat auch eine Meinung dazu. Das erfahrt ihr in der Kinderkirche. Kommt einfach vorbei. Tschüss.